Musik Die Gruppenphase des Mario Pejacic Im Mittelfeld dann ein Teidiger, aber der spielt heute im Mittelfeld dann noch Milan versucht umzuschalten und zwar jetzt Milan versucht es mal schnell, aber da kommt Jonas Krummrei aus dem Tor raus und ist sicher verwandelt keine Chance Weiter geht's Ball kommt vor das Tor Ja, gibt es einen Zusammenprall bei dieser Ecke Und sofort wieder die Attacke Der Salzburg jetzt gut gemacht den Ball schön mitgenommen hier von Martinez Immer noch Martinez Aber vorher schön gemacht wichtiges Tackling, faires Tackling Auch hoffen wir, dass sich das in diesen letzten 10 Minuten wenn man die Verletzungspausen einrechnet Noch ausgeht wieder Jetzt der Supermögliche Da sehen wir es nochmal Martinez zieht da ab Ball wird von Schahin glaube ich abgefälscht Und wieder Konate bringt den Ball nicht so recht in die gegnerische Hälfte Sehr viele Zweikämpfe Immer noch im Ballbesitz Die Italiener Und da steht dann einer ganz Versucht es weiter Werden jetzt früh attackiert hier Martinez Der Mann mit dem Turbo Turban und Turbo Wieder Flankenwechsel auf Martinez Der ist schnell Sehr schnell Kann sich den Ball erobern Vorhin schon unrecht getan Dann Vielen Dank.